Damit herzlich willkommen zur ersten Folge von Park Beyond. Hier auf meinem Kanal, mein Name ist Malmuster, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich bin irgendwie total hyped, weil das Spiel ist oder das Game ist jetzt brandneu. Wir sind hier gerade schon im Sandbox-Modus. Ganz kurz, es geht im Park Beyond darum, seinen eigenen Freizeitpark aufzubauen. Und ja, man stellt sich am Anfang im Sandbox-Modus so eine kleine Herausforderung ein. Meine Herausforderung ist jetzt, 1000 Tickets zu verkaufen. Ich habe jetzt schon ziemlich lange Planet Coaster gespielt. Das ist so ähnlich wie Park Beyond, also von der Aufmache her. Also da geht es auch darum, seinen eigenen Park zu gestalten. Und man kann eigene Achterbahnen kreieren und was auch immer. Eigene Fahrgeschäfte erstellen. Nur bei Park Beyond ist es nochmal ein bisschen ausgereizter. Bei Park Beyond gibt es halt eine Besonderheit. Und zwar kann man sowohl seine Mitarbeiter als auch seine Fahrgeschäfte impossifizieren. Das bedeutet, da entstehen dann die wildesten Dinge, wie zum Beispiel eine Achterbahn, wo plötzlich der Wagen einmal komplett durch die Luft fliegt und an der anderen Seite wieder auf der Schiene drauf landet und Sachen, die eindeutig nicht im realen Leben möglich wären. Noch nicht. Aber auf jeden Fall, das kann man halt alles in Park Beyond dann machen, im Gegensatz zu Planet Coaster. Und ich habe auch mir sagen lassen, dass das auch nochmal ein ziemlich anderes Game ist. Also was man hier halt auch sieht, also bei Planet Coaster man hat immer einen quadratischen Abschnitt und der ist flach und dann kann man darauf Berge und sowas machen. Und was ich hier echt cool finde, hier gibt es schon so kleine Hügel, was echt angenehm ist, wenn man da irgendwas einarbeiten möchte oder sowas. Das ist echt ganz cool. Wir haben hier auch einen Wasserfall. Sowas eignet sich zum Beispiel perfekt für eine Wasserbahn oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob man hier irgendwo eine Border sehen kann. Ja genau, also hier ist dann halt die Border. Also ich kann hier jetzt nicht weitergehen. Aber sozusagen, ich kann ja mal rauszoomen. So, also das ist so ungefähr unsere Bereiche, wo wir etwas machen können mit Achterbahnen und sowas. Und ich habe einfach Bock, einen kleinen Themenpark zu errichten. Das Ganze machen wir auf einer Alpinen-Map. Bedeutet mit viel Gebirge, schöner Natur, viel Flüssen und ja, ich habe mega Bock und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Ich habe erstmal noch das Game of Pause. Unsere Startcredits sind 10.000 Dollar. Und ja, dann gucken wir mal so ein bisschen, was wir jetzt als erstes machen wollen. Also ich kenne das von Planet Coaster so, dass es am Anfang ziemlich unschlau ist, direkt in die Themenwelt reinzustarten. Wir sollten jetzt erstmal viele kleinere Fahrgeschäfte errichten, um erstmal Geld zu verdienen. Aber generell will ich auch, ja, erstmal gucken, was wir hier so haben. Bisher haben wir drei Fahr... Okay, noch ein paar mehr, oder? Ne, genau. Also wir haben jetzt hier drei Fahrgeschäfte. Das ist einmal die krasse Krake. Wir haben das Piratenschiff. Und wir haben strahlendes Pendel. Interessant. Und bei den Achterbahnen haben wir die Standard-Achterbahn. Die sieht man, meine ich, auch im Trailer. Das ist diese, die tatsächlich auch mal fliegen kann und sowas. Dann haben wir die breitere Achterbahn und eine wilde Maus. Ich würde erstmal sagen, wir reißen die Bäume hier ab. Und ich würde erstmal so gerade raus hier gehen. Also ich reiß das hier mal ab. Okay, ich gebe zu. Das ist nicht das Schönste, was ich hier gebaut habe. Aber ist egal. Hier sieht man gerade, wie ich vergeblich versuche, irgendwas an Attraktionen in die Mitte meines Parks zu pflanzen. Und, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich dann einfach dazu entschieden, das ganze Ding einfach rechts an die Seite zu klatschen, damit es irgendwie funktioniert, weil es da in der Mitte wirklich überhaupt nicht geklappt hat. Und ich habe währenddessen eigentlich noch versucht, die komplette Steuerung zu erlernen. Oder wir machen es hier einfach seitlich hin. Dann können wir noch mehr Dinge so hinpflanzen. Ja, dann mache ich es hier hin. Okay, das sieht gut aus. Okay, das ist smart. Das ist smart. Gut. Okay, dann kommt hier unser erstes Fahrgeschäft hin. Das ist wahrscheinlich der Eingang. Oder ist es das? Das ist der Eingang. Ich weiß es gar nicht. Okay, das ist der Eingang. Gut. Dann würde ich das ganz gerne in so einem Grau machen. Ein bisschen schlichter. So, zack. Und dann kommt jetzt die Warteschlange hin. Also, das habe ich ja noch nicht mal im Ansatz gemacht. Okay. Hier ist jetzt die Warteschlange für unser Ding. Die Frage ist jetzt halt, zahlen die Leute Tickets für meinen Park oder für beides oder nur für die Fahrgeschäft. Scheiß drauf. Ich mache jetzt mal hier schön die 5 Dollar. Lassen wir drinnen. Kann ich das ein bisschen customizen? Obwohl, ich lasse es erst mal so. Vielleicht muss das dann auch Geld und sowas. Da habe ich keine Lust drauf. So, dann machen wir das erst mal so, dass jetzt hier auch noch was hinkommt. Ich will erst mal so ein bisschen hier ein paar Attraktionen reinballern und holen wir uns noch ein paar eine Toilette ran. und vielleicht den Hausmeister, einen Mitarbeiterraum und so Automaten. Gut. Das ist gut. Machen wir jetzt jetzt zwei Fahrgeschäfte. Zwei Traktionen. Wo habe ich die hier? Fahrgeschäfte. Nehmen wir hier noch das, weil dieses strahlende Pendel ist ähnlich wie das Piratenschiff. und wir brauchen ja nicht Dinge zweimal, deswegen lassen wir das jetzt. Gut. Ist klar, dann kommt hier jetzt die zweite Wartschlange hin. Gerade sind wir noch so ein bisschen so Meeres-Piraten-Theme drin. Hier ist dann der Eingang für unser zweites Fahrgeschäft. Jetzt kommen hier noch ein paar Automaten hin, Mülleimer würde ich auch noch hinballern, ein paar Parkbänke, damit die Leute hier länger bleiben und dann passt das erst mal alles. So. Gehen wir jetzt hier auf Shops und Einrichtungen. Gönnen uns, weil Automaten, da habe ich halt keine Mitarbeiterkosten, so die Leute können sich was holen. Das ist ein kleiner Snack-Automat. Da können sich die Leute was gönnen. Da mache ich hier noch so einen Getränke-Automaten hin. Der kommt so, der kommt an eine andere Stelle. Getränke-Automat kommt so hier hin. Was habe ich hier noch? Kleiner Süßigkeiten-Automat. Ja, wichtig und richtig. So. Ja, das reicht. Dann auch erstmal wohl nochmal so einen zweiten Trink ist immer sehr, sehr wichtig. So, dann brauche ich noch eine Toilette. So, also hier haben wir einmal Standard-Toilette. Das ist sehr gut. Das ist auch wichtig. Zack, haben wir eine Toilette. Dann brauche ich noch, habe ich irgendwo einen Mitarbeiter-Personalraum. Perfekt. Sehr gut. Okay, da haben wir jetzt noch einen Personalraum. So, und dann habe ich jetzt einen von denen hier. Zack. Und gut. Dann, äh, ja. Gut. Denk ich, ähm, wir dekorieren jetzt noch so ein bisschen und dann, äh, können wir auch gleich eröffnen. Dann werde ich jetzt noch hier, wie schon gesagt, so eine Art kleinen See hinbauen oder so. Ich zeige das jetzt einfach. So, also wir müssen noch Terraform und das Gelände, äh, eindrücken. Zack. Okay, da kommt man jetzt nicht drüber. Zack. Zack. Okay. Genau so. Und jetzt ballern wir da Wasser an. Frisches Wasser. Warum sollte man Abwasser hier reinballern? Also jetzt mal ohne Witz. Okay. Cool. Ja, sieht super aus. Hier, hier, ein bisschen, äh, das Gelände ziehen. Zack. Okay. So nicht. Okay. Und da ballern wir jetzt noch irgendwas drauf. Was haben wir so an? Dekorationssachen. Szenerie, aha. Okay, cool. Okay, cool. Alles klar. Ja, hier haben wir so ein paar coole Sachen. Ähm, okay, das sieht scheiße aus. Was ist das hier? Wartungsschild. Ähm, Kaugummi-Automaten. Okay, das ist witzig. Ähm. Oh, Haie kommen cool bestimmt. Ja, Haie sind bestimmt mega cool. Haie können wir ein bisschen hier so. Gibt's jetzt irgendwie so Schilder oder sowas? Gibt's irgendwas so, was so einfach cool aussieht? Äh, genau. Bänke wollten wir auch noch haben. Aber ich will sowas, dass du einfach so an... Oh, Mami-Wagen. Und was ist das denn? Aha. Ja, das will ich haben. Sehr gut. Okay, dann müssen wir hier noch das Gelände etwas glätten. Und dann baller ich das einmal da oben drauf. Nur 5000, das geht noch. Plateau glätten. Zack. Und jetzt diesen... Das Ding, so um drauf genau. So, hab ich hier die Szenerie. Da, wo ist das Teil? Wo war jetzt hier drin? Hier ist das hier. Den Filmraum, wo ich will, ich will den. Zack. So. Mo da drauf. Ich bin noch. Und dann... Für so noch Bänke. Okay, vielleicht beleuchten wir da noch so ein bisschen. Zack. Zack. Sieht auch cool aus. Und dann brauchen wir einfach nur noch Bänke. Und dann halte ich auch dafür an. Sieht doch gar nicht mal... Okay, ich darf nicht lügen. Also, es sieht wirklich nicht gut aus. Aber gut. Okay. Okay. Es ist ja auch unser Start. Das wird ja eh alles am Ende abrissen. Und am Ende steht hier ein Wunder. Es steht hier ein wunderschöner Park. Ich sag's euch, Leute. So, dann würde ich sagen, eröffnen wir, ne? Also hier würde ich sagen, ja, das ist auch schon geöffnet. Sehr gut. Ist auch geöffnet. Was kann man hier so nachgucken? Okay. Utapilität. Begeisterung. Okay, die Leute sind mich so begeistert. Er waren die Scheiße. Gut. Alles klar. Eröffnen. Ist der Park überhaupt schon eröffnet? Das ist gar nicht. Ja, der Park ist geöffnet. Die Leute schrümmern rein. Wir machen mal... Wir schrümmern mal ein bisschen vor. Okay. Leute, kommt rein. Das möchte ich sagen, finde ich ein bisschen uncool. Die Haie bewegen sich nicht. Das bei Planet Costa Cooler, da hast du dann tatsächlich Haie, die dann zum Beispiel sich an irgendwas bewegen oder so. Ich will jetzt gleich hier mal mitfahren. Wo soll ich zuerst mitfahren? Ich fahre erstmal hier mit, weil mich das mehr interessiert. Ja, okay. Die Leute gehen rein. Let's go. Okay. Okay, wir haben Leute, die da rein. Sehr gut. Wir haben Leute, die zu unseren Automaten gehen. Sehr gut. Okay, wow. Jetzt geht's richtig los. Alter. Let's go. Okay. Sieht eigentlich voll cool aus. Okay, Schiffschaukel geht auch gut was ab. Alter, okay. Was ist mit dem Ding los? Schon witzig. Ich weiß nicht, ob ich das fahren würde. Ich glaube, dabei wird einem sehr schlecht. Weil gerade an den das Zugucken kickt schon ein bisschen, aber gut. Okay. Jetzt, ich gehe in die Schiffschaukel einmal. Okay, die Leute sehen richtig happy aus und es ist sehr laut. Ich will aber eigentlich in die andere Richtung gucken. Das ist cooler. Oha. Schon cool. Also würde ich so nicht fahren, aber schon cool. Für die zumindest auf jeden Fall. Wir machen Profit. Das ist das Wichtigste. Das sieht ganz nett aus hier. Ich brauche noch so ein bisschen Natur, aber ansonsten, wir wollen ja auch nicht hier übertreiben, weil das wird ja gar nicht unser Park bleiben. Also so wie er jetzt gerade ist. Ich würde sagen, das war es jetzt für die erste Folge Park Beyond. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Es werden jetzt immer ab und zu mal so Folgen kommen, wie ich lustig bin. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.